In der heutigen Ausgabe geht es um Revolut und um BNC 10. Ihr fragt euch, was ist das? Ich erkläre euch, wie ihr Meilen sammeln könnt, einfach mit Überweisung für Ausgaben wie Strom, für Miete, für Handy, für alles, was ihr überweisen könnt, nur wo keine Kreditkarte angenommen wird. Und da habe ich für euch in diesem Video die Lösung. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin dafür da, dass ihr mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status bekommt. Und heute haben wir wieder ein Thema, wo es um mehr Prämienmeilen geht. Und zwar ganz einfach mehr Meilen für Freiflüge mit Miete, Strom und Überweisungen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade jetzt in 2021 für Lufthansa, für die Kreditkarte doppelte Meilen gibt, wenn ihr Statuskunden seid als FTLer oder als Senatoren oder respektive da mit der Karte irgendeine Promotion bekommt. Also da könnt ihr davon dann partizipieren. Denn Prämienmeilen können nicht nur gesammelt werden durch Flüge oder Einkäufe, sondern auch bei Überweisungen. Und ihr sagt jetzt, halt, wie soll das denn gehen? Ja, es gibt einen einfachen Weg mit den Überweisungen, zusätzlich Prämienmeilen zu sammeln mit Alltagsausgaben wie Miete, Wasser und Strom. Telefonrechnung kann man mit Tools wie Revolut oder BNC10 das Meilenkonto auffüllen. Also ihr könnt ganz einfach da Punkte und Prämienmeilen sammeln. Und ihr könnt damit auch Meilenschwellen zu Freiflügen wesentlich schneller erreichen. Das geht nicht einfach nur, dass man diese Meilen zusätzlich mit Überweisung generiert, sondern man braucht eine Art Vermittler. Es gibt zwar den Überweisungsservice, aber da sind die Gebühren ja relativ hoch. Und die Vermittler sind, ja, die sind umsonst teilweise. Das heißt also, ihr macht wirklich Meilen mit einer Überweisung. Und dieser Vermittler ermöglicht es, Kreditkartenabbuchungen in eine normale Überweisung zu übersetzen. Also quasi Kreditkarte, Konto und die beiden sprechen da miteinander darüber. Also ganz einfach. Als erstes brauche ich also eine Kreditkarte, die Punkte sammelt. Welche bietet sich da an? Die klassischen Karten, die wir immer empfehlen, sind die Lufthansa Meils & Moor Kreditkarte. Weil natürlich, hey, wer fliegt, fliegt mit Lufthansa meistens. Und da macht das natürlich Sinn, egal ob ich in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz bin. Oder natürlich auch die Hilton Honors Kreditkarte. Die gibt es leider nur in Deutschland. Die deutschen Kreditkarten von Meils & Moor und von DKB, Entschuldigung, von der Honors Kreditkarte werden von der DKB ausgegeben. Also von der Deutschen Kreditbank. Also um das nochmal klarzustellen, selbe Bank, same, same. Auf der anderen Seite reicht das normale Girokonto. Also wirklich, was eine SEPA-Überweisung akzeptiert. Also jeder hat ja ein Girokonto, was SEPA-Überweisungen akzeptiert. Und jetzt gebe ich euch einfach mal einen Use Case. Das beste Beispiel ist wirklich die Miete, denn 99,9% der Vermieter nehmen keine Kreditkarte. Eigentlich 100. Also wer einen Vermieter hat, der Kreditkarte nimmt, schreibt es unten in die Show Notes. Das würde mich mal wirklich interessieren, ob es da jemanden gibt, der Kreditkarten nimmt. Und die wollen halt die Miete monatlich auf ihr Konto überwiesen haben. Und wie bekomme ich dann die 1.000 Euro von der Kreditkarte auf das Konto? Ich habe einfach 1.000 Euro gesagt, weil das am einfachsten für mich zu rechnen sind. Weil 1.000 Punkte, 12.000 Euro im Jahr, ihr wisst schon, wie viele Punkte das dann sind. Im ersten Schritt muss ich also diese Karte aufladen. Heißt Revolut oder BNC10, der Anbieter aus Spanien. Und da kann ich dann halt wirklich diese Punktekarte nehmen. Ich nehme entweder die Miete Mour-Karte, die könnte natürlich auch jeder andere nehmen. American Express geht leider nicht. Und damit habe ich dann schon mal die Meilen oder Punkte generiert, weil die Abbuchung erfolgt von der Kreditkarte. Also Kreditkarte auf Konto, Geld weg, aber für Kreditkarte Punkte. Also, damit ist das schon mal passiert. Aber dann habt ihr das Geld ja immer noch nicht beim Vermieter. Also, damit das Ganze dann zum Vermieter geht, ist es dann zu warten, bis die Revolut-Karte aufgeladen ist. Und ganz wichtig ist auch, Revolut bietet ab und zu mal wirklich kostenlose Aufladungen. Das heißt also, normalerweise kostet es Geld, also den Prozentsatz, aber es gibt immer wieder Angebote, wo die Aufladung kostenlos ist. Und dann ist der wichtigste Schritt, das Geld überweisen vom Revolut-Konto, Rechnungen. Also, ihr könnt alles überweisen. Und das Problem ist halt einfach nur, dass man eine gewisse Umsatzschwemme erreicht, dass man da Nachweise bringen muss. Nur damit ihr es weiß und wisst. Und ihr müsst natürlich auch die Konten verifizieren. Also, das ist dann jetzt nicht irgendwie so ein Konto, das ich dann habe und nicht angeben kann. Nein, ihr müsst natürlich mit Identverfahren, Konto, Personalausweis und so weiter öffnen. Und insofern nochmal wirklich der Hinweis, es hat nichts mit dem Überweisungsservice der Kreditkarte zu tun, wie zum Beispiel von Lufthansa, Malz & More. Ganz anderes Thema, weil das kostet ja Gebühren. Und wenn ihr kostenlos zu Revolut transferieren könnt, hey, billiger als umsonst geht es doch nicht. Und das sind Ausgaben, die ihr doch immer habt. Wer von euch zahlt denn keine Miete? Gut, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich keine Miete überwiesen habe, weil ich in Hotels überlebt habe und gelebt habe, im wahrsten Sinne wirklich überlebt habe. Aber ihr fragt euch jetzt, was ist dieses BNC, was ist dieses Revolut? Lasst uns einfach mal mit Revolut anfangen. Revolut ist ein kostenloses Online-Bankkonto. Und das ist ein britisches Fintech, also so wie N26 zum Beispiel in Deutschland. Aber N26 bietet das nicht an, also es ist nur ein Beispiel. Und gegründet wurden die in 2015 von Leuten, die vorher bei Banken gearbeitet haben und einem Softwareentwickler. Und die wollen halt eine faire, reibungslose Plattform für die weltweite Verwendung und Verwaltung von Geld schaffen. Und wollen halt auch versteckte Gebühren und diese Währungskursschwankungen, die Großbanken haben, eliminieren. Und neben der normalen Funktion eines Girokontos betrifft Revolut natürlich auch andere Vorteile. Insbesondere bei Zahlungen in Fremdwährung ist der Anbieter häufig wirklich eine sehr günstige Alternative. Und eine weitere und für uns wirklich wesentliche Eigenschaft ist es, dass man die mit der Kreditkarte aufladen kann. Ja, also ladet doch das Revolut-Konto einfach per Kreditkarte auf und ihr haltet die mein. Mit dem Guthaben könnt ihr dann Ausgaben begleichen, die sich ansonsten halt nicht mit Kreditkarte zahlen lassen, weil es halt ein Girokonto ist. Also es gibt da eine sogenannte IBAN-Nummer. Die IBAN-Nummer ist in England gewesen, aber da noch ein kleiner Hinweis, die sind jetzt umgezogen, weil England natürlich durch den Brexit aus der EU rausgegangen ist. Und ich mache die Animation heute wieder selber. Und dann sind sie nach Litauen, glaube ich, gegangen. Deshalb gibt es eine LT-Nummer. Und damit könnt ihr das dann einfach machen. Es geht natürlich auch einfach bequem mit den Revolut-Sachen, dass man da eine Dauerauftrag- und Lastschrift auf dem Konto realisiert. Aber um den Aufwand wirklich geringer zu halten, könnt ihr die Revolut-App auch einstellen, dass euer Konto automatisch aufgeladen wird, sobald es unter eine bestimmte Grenze fällt und somit immer gedeckt ist. Und dank dieser Methode lassen sich wirklich Alltagsausgaben wie Miete, Strom, Telefon, Wasser, Handwerkerrechnung und sonstige Überweisungen Meilen sammeln. Auch wenn eine Kreditkartenzahlung nicht möglich ist normalerweise. Ist doch cool, oder? Also, ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir nochmal ein Beispiel, damit ihr einfach mal von den Punkten her seht, wie das ist. Miete 1000, Strom 70, Telefon 30. Und wenn ihr das mit Revolut bezahlt, sammelt ihr nach dieser Umstellung jeden Monat das Ganze mit Revolut. Und ihr bekommt 550 Meilen zusätzlich. Wir gehen ja davon aus, dass ihr die private Karte habt. Da gibt es ja nur pro 2 Euro einen Punkt. Aber 550 mal 12. Rechnet selber. Dann wisst ihr, wie viele Meilen das sind. Auch der Kauf eines Autos oder andere Ausgaben lassen sich über diese Weise mit Meilen vergolden. Also, wenn der Helter wirklich keine Kreditkarte akzeptiert. Aber wie gesagt, bei höheren Summen, Revolut will da immer eine Verifikation haben. Ich zeige euch mal meine Revolut-Karte. Ich habe sie extra hingelegt. Ich habe sie fast vergessen. Habe ich jetzt meine Kartennummer gezeigt? Das Gute ist, ihr könnt in der App immer wieder eine neue Karte beantragen. Und insofern, auch wenn ich die Karte gezeigt habe, sie gilt nicht mehr, deshalb kein Problem, ist es so, dass man in der App einfach alles einstellen kann. Und die Revolut-App, ich suche sie gerade, wo ich sie habe. Revolut. Revolut-App. Und dann lädt sie einfach. Und dann muss man PIN-Nummer eingeben, macht Face-ID. Dann haben wir doch alles wieder drin. Face-ID funktioniert. Und damit ist das dann offen. Und da könnt ihr dann die Limits und alles wirklich online einstellen. Ist eine coole Geschichte. Und wenn jemand die Karte auch im Apple Wallet haben will, ihr könnt euch die neue Kartennummer, ich zeige sie euch nicht, auch in die Wallet reintun. Und ich hoffe, ihr seht es jetzt. Ich zeige es nochmal. So, habe ich es wirklich gezeigt? Hier ist es. Ja, also, das ist eine coole Sache. Ich habe euch noch einen anderen Anbieter versprochen, weil Revolut wird ja schon die Sau öfters durchs Dorf getrieben. BNC10. Was ist BNC10? Das ist einfach nur ein spanisches Fintech, was 2018 gegründet worden ist. Und genauso wie Revolut bieten die ein kostenloses Online-Konto an. Man kann die auch mit der Kreditkarte aufladen und ähnlich verwenden. Ist genauso. Allerdings ist es nicht unbedingt das bessere Produkt. Das liegt an zwei Gründen. Erstens beschränkt BNC die maximale Summe, die täglich per Kreditkarte aufgeladen werden kann, auf 200 Euro. Und außerdem kommt hinzu, dass BNC keine automatische Aufladung bietet. Das heißt also, wenn ihr jetzt die Miete bezahlen wolltet mit 1.000 Euro, um beim Beispiel zu bleiben, müsst ihr an fünf Tagen immer 200 Euro überweisen, um dann diese App benutzen, um dann die 1.000 Euro zu überweisen. Und im Gegensatz zu Revolut ist BNC also mit wesentlich mehr Aufwand verbunden und deshalb vor allem empfehlenswert, wenn man ein Konto mit spanischer E-Bahn benutzen möchte oder wenn jemand bei Revolut gesperrt wurde. Gibt auch viele, wenn man es also zu sehr übertreibt, dann kann das Konto gesperrt werden. Für mich als Fazit bleibt nur noch zu sagen, coole Idee, um mehr Meilen zu generieren. Man kann natürlich noch wesentlich mehr Meilen generieren mit dem Angebot. Warum? Ganz einfach deshalb, weil man wirklich alles bezahlen kann. Ihr habt auch Freunde, wo ihr zum Beispiel Reisen bezahlen müsst. Die haben euch was ausgelegt. Ihr müsst es rücküberweisen. Also solche Thematiken und gerade mit der doppelten Meilenaktion, auch zum Statusmeilen bei der Lufthansa Meils & Morg-Karte, macht das durchaus Sinn. Oder wenn ihr Umsatzschwellen habt, wenn ihr zum Beispiel ein Angebot habt, wie bei der American Express oder sowas, wo halt ein Umsatz 2.000 Euro oder sowas wäre, dann wäre es geil. Aber ich sage es nochmal, geht nicht. Also es muss immer eine Umsatzschwelle sein bei Mastercard oder Visa, weil American Express nicht geht. Hätte ich euch fast erwischt. Habt ihr schon geträumt, Platinkarte und so weiter, Umsatz. Nein, geht nicht. Also, wenn ihr weitere Fragen zu der Karte habt, zögert nicht. Fragt mich gerne bei Sorgen, Ängsten oder Nöten. Helfe ich euch jederzeit gerne weiter mit Rat und Tat. Und in den Shownotes habt ihr meine Soul-Schutz, da könnt ihr euch melden. WhatsApp habe ich da auch drin. Also gerne schreiben. Ich freue mich bis zur nächsten Ausgabe mit euch von Frequent Traveller TV. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Abonnier Vielen Dank.